Heute gucken wir uns mal mein Visual Studio Code Setup an. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video. Heute geht es um Visual Studio Code und ich möchte heute meine Plugins, meine Settings, meine Synchronisierung, mein Theme, alles was mit Visual Studio Code zusammenhängt einmal vorstellen, weil das immer wieder in den Kommentaren aufkommt. Prinzipiell, wenn ihr Fragen habt oder euch mit Gleichgesinnten austauschen wollt, ganz unten in der Videobeschreibung findet ihr ein Ding zu Discord. Da könntet ihr Community Giant Fragen stellen, euch mit Gleichgesinnten austauschen oder einfach mal Hallo sagen. Ansonsten legen wir jetzt los und gucken uns mal an, wie ich Visual Studio Code nutze und welche Tools ich dort eingebaut habe. Also, auf geht's! So, bevor wir uns gleich mit Visual Studio Code beschäftigen, möchte ich einmal darauf hinweisen, dass das hier mein eigentliches Entwickler-Setup ist. Und zwar basiert das alles auf Veed, das ist ein Build-Tool und ich habe zu diesem Dateibaum, der hier zu sehen ist, ein Video gemacht, aber ihr könnt das quasi auch einfach auf GitHub auschecken. Hier seht ihr quasi den ganzen Code, den könnt ihr einfach nutzen als Template, um meine Videos nachzubauen oder um einen Start für euer Entwickler-Setup zu haben, weil man kann mit Veed auch wunderbar Webpress-Themes oder andere richtig coole Webprojekte bauen. Prinzipiell, sofern ihr nicht irgendwelche großen Frameworks wie React, Angular oder Vue oder sowas nutzt, die kommen in der Regel mit einem eigenen kleinen Setup. Ansonsten findet ihr auch ein Video dazu, was das alles erklärt, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber jetzt legen wir los und gucken uns eigentlich mal meinen Editor, nämlich Visual Studio Code, im Detail an. So, das Erste, was einem natürlich auffällt, wenn man mein Visual Studio Code Fenster sieht, ist, dass die Farben natürlich nicht default sind. Und zwar nutze ich hier mein eigenes Farbschema und das findet ihr hier unter Extensions, wenn ich hier runterscrolle unter Unleashed Design Theme. Der Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung. Ich habe auch ein Video gemacht, wie man quasi so ein Farbschema selbst bauen kann. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, dauert aber etwas und ihr findet auch, dass wenn ich hier unter Farbschema bin, sehe ich, dass ich einmal Unleashed Design Origin und Unleashed Design Tutorial habe, weil ich habe ein extra Farbschema gebaut für diese Tutorials, wenn ich die aufnehme. Das ist noch ein bisschen vereinfachter, ein bisschen weniger präsent. Wenn ich mein normales Farbschema habe, dann sind Fehler und sowas deutlich stärker gehighlighted als in den Videos, weil ich einfach das ein bisschen übersichtlicher und angenehmer zu lesen finde. Prinzipiell, wie gesagt, finde ich alles in der Videobeschreibung. Ansonsten benutze ich aber nicht nur ein Farbschema, sondern auch ein Iconschema. Und das findet ich hier oben auch unter Settings, nämlich das Material Icons Theme. Und das sorgt dafür, dass hier diese ganzen Icons bei den Ordnern und in den Dateien sind. Und ich muss einfach sagen, das ist mit Abstand das beste Icons Theme. Ich sehe ja auch nicht, dass ein anderes nur ansatzweise in die Nähe kommt. Und das wird auch relativ deutlich, wenn man sich die Downloadzahlen von diesem Plugin anguckt, nämlich 13.400.000 Downloads für ein Plugin eines Editors. Und das ist schon eine Ansage. Ich kann es jedem empfehlen, das hier zu nutzen ist. Wie gesagt, mit Abstand das beste Icons Theme. Vor allem, weil es halt wirklich fast alle Icons abdeckt, die man sich vorstellen kann. Und jedes Framework, jede Sprache, alles mit drin ist, was man, wie gesagt, sich so vorstellen kann. So, was neben meinem Farbschema immer wieder zur Sprache kommt, ist meine Schrift. Und die Schrift heißt Mono Lisa. Und die zeige ich euch gleich auch noch. Aber vor allem kommt immer wieder ein anderer Punkt zur Sprache. Und zwar, wenn ich zum Beispiel eine Arrow Function schreibe. Also ich habe hier eine Variable, die nenne ich Function. Und dann baue ich hier eine Arrow Function und mache mir hier so ein File. Und dieser File ist bei mir wirklich ein File und nicht nur ein gleich größer als Zeichen, sondern wirklich einfach ein File. Und wie funktioniert das? Wie mache ich das? Prinzipiell unter Settings findet ihr einen Eintrag unter Font, der nennt sich Font Ligatures. Wenn ihr diesen Eintrag nicht habt, dann müsst ihr einfach euer Settings JSON öffnen und diese Zeile Code hier einfügen. In dem Moment versucht Visual Studio Code quasi bestimmte Zeichen Kombination in Font Ligatures umzubauen. Und das funktioniert aber nur, wenn eure Schrift diese Zeichen auch supportet. Und das ist bei weitem nicht default. Also nur relativ wenige Schriften benutzen sowas, weil es wie gesagt sehr aufwendig ist, sowas zu bauen. Meine Schrift ist die Mono Lisa. Einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr darauf klickt, kommt ihr auf diese Seite hier, wo ich quasi die Schrift einmal testen kann. Also ich kann hier auf Blackground klicken und die einfach mal testen, damit rumspielen und so weiter. Aber man muss sagen, der eigentlich spannende Part ist hier und zwar besitzt diese Schrift eine ganze Reihe von Font Ligatures. Ihr seht hier nicht nur irgendwie so ein paar Pfeile, sondern deutlich mehr Funktionalität kann hier abgedeckt werden. Wie gesagt, ich finde das extrem praktisch zu nutzen und sehr angenehm zu lesen. Leider muss man aber sagen, die Schrift kostet Geld. Ihr seht hier, es gibt drei verschiedene Lizenzen mit verschiedenen Features. Ich persönlich habe diese Schrift wirklich gekauft. Das ist nicht sponsert oder sowas. Also ich kriege keinen Cent, wenn ihr hier die Schrift kauft. Aber ich finde diese Schrift wirklich cool und bin auch kein Gegner davon, dafür Geld zu bezahlen, weil eine Schrift selbst zu bauen ist extrem aufwendig und diese Schrift gefällt mir halt wirklich, wirklich gut. Und das ist alles, was es zu der Schrift eigentlich zu sagen gibt. So die wohl wichtigste Einstellung, die jeder von euch, der Visual Studio Code nutzt, machen sollte, ist hier unten auf dieses kleine Icon zu gehen und zwar Accounts. Hier solltet ihr euch unbedingt mit eurem GitHub oder Windows Account anmelden und dann dieses Feature hier unten, nämlich Settings Sync aktivieren. Bei mir seht ihr, ist das On. Wenn ich hier draufklicke, seht ihr auch, ich kann mich direkt synchronisieren. Ich kann hier auch meine Daten anzeigen, nämlich alles, was hier drin steht, wird synchronisiert. Und ihr seht hier auch die synchronisierten Maschinen, die ich habe. Das heißt, einige verschiedene benutze ich gerade. Und hier seht ihr alles, was verbunden wird. Und das richtig, richtig coole daran ist, wenn ihr beispielsweise hier unter Settings geht und sagt, ich möchte jetzt gerne meine Settings angucken und zum Beispiel die Settings JSON, alles, was hier drin steht, wird synchronisiert. Ihr müsst quasi, wenn ihr einen neuen PC aufsetzt, einen neuen Laptop habt oder so, müsst ihr nie etwas machen, weil quasi dieses Feature, sobald ihr euch mit GitHub einloggt beispielsweise, alles verbindet, alles synchronisiert, alle Plugins, die ihr installiert habt, direkt wieder installiert, sodass alles so aussieht wie vorher, ohne dass ihr auch nur eine Sache machen müsst. Oder wenn ihr beispielsweise zwischen zwei PCs wechselt, wie ich, einmal meiner Windows-Maschine und meine MacBook, dann wird quasi alles, was ich an Einstellungen treffe, zwischen beiden, einfach hin und her synchronisiert, was einfach extrem praktisch ist. Also es gibt keinen Grund, das nicht zu nutzen. Ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen, weil es einfach unfassbar praktisch ist, nicht jedes Mal wieder diese ewig vielen Einstellungen machen zu müssen, sondern es einfach instant fertig ist. So, das erste Plugin, was wir uns angucken, ist eigentlich eine ganze Plugin-Familie und zwar JavaScript beziehungsweise TypeScript-Plugins, welche ich nutze, um damit zu arbeiten. Wenn ich hier unter Extensions gehe, sehe ich, ich habe hier einige Extensions, wir gehen auch auf die meisten gleich ein, aber für JavaScript ist einmal ESLint das wohl wichtigste Feature, weil es einfach Code-Highlighting und Fehlererror und Linting und alles betreibt. Man sieht auch an der Downloadzahl, das benutzt quasi fast jeder, glaube ich. Und ich kann es auch nur empfehlen zu nutzen, ist mega praktisch und hilft euch definitiv bei der Entwicklung. Ansonsten nutze ich auch sehr gerne hier unten JavaScript and TypeScript Nightly. Das ist direkt von Microsoft bereitgestellt, ebenfalls relativ viele Downloads und bietet vor allem für TypeScript sehr, sehr praktische Code-Highlighting und ja, auch ein bisschen Linting-Features und natürlich ein Debugger für JavaScript, wo man quasi das Ganze wirklich debuggen kann. Ansonsten, wenn man ein bisschen runterscrollt, habe ich hier noch zwei weitere JavaScript beziehungsweise eigentlich NPM und JavaScript-Features, nämlich einmal Parameter-Hints. Was macht Parameter-Hints? Das erzeugt Parameter-Hinweise für eure Funktion. Viele von euch kennen das aus meinen Videos, wenn ich zum Beispiel eine Funktion habe und diese Funktion heißt Test und die hat zwei Parameter, nämlich A, B und ich rufe diese Funktion jetzt irgendwo auf. Zum Beispiel sage ich jetzt Test 5,2. Dann wird quasi hier die Benennung quasi der Parameter, die ich hier oben vergebe, habe ich unten nochmal angezeigt, was mir einfach den Aufruf der Funktion und die Übersichtlichkeit so ein bisschen verbessert. Das macht Parameter-Hins. Ansonsten habe ich hier natürlich noch NPM IntelliSense. Das heißt, das macht einfach Autocomplete für meine NPM-Modules. Funktioniert sehr, sehr gut. Man sieht auch hier an den Download-Zahlen, ist nicht wirklich ein unbekanntes Plugin und kann ich jedem empfehlen, der in irgendeiner Weise mit NPM arbeitet, weil es das Leben doch ein kleines Stück einfacher gestaltet. Das nächste Plugin habe ich in dem Video letzte Woche schon mal kurz angesprochen und das beschäftigt sich hier mit dem Source-Control-Tab und zwar ist das Git-Lens. Wenn ihr unter Extensions geht, seht ihr hier Git-Lens, supercharged und auch hier sieht man, dieses Plugin ist nicht wirklich unbekannt, sondern gehört mehr oder weniger zu dem Default. Es kommt von Git-Kragen. Es gibt hier auch eine Free- und eine Pro- bzw. Bezahl-Version. Die Bezahl-Version lohnt sich meiner Meinung nach aber nicht. Die Free-Version allerdings schon. Ihr habt nämlich eine ganze Reihe von richtig coolen Features, nämlich einmal habt ihr hier deutlich mehr Funktionalitäten in dem Tab, aber wenn ihr beispielsweise hier seid und, keine Ahnung, zum Beispiel hier drin seid, ihr klickt irgendwo hierhin, dann sieht man hier hinter so ein paar Hinweise, was alles über Git-Lens kommt, also diese ganze Funktionalität, dass ihr seht, welche Commits das war, wann das geändert wurde, wer das gemacht hat und so weiter. Das kommt alles über Git-Lens und wie gesagt, ihr habt hier deutlich mehr Features, wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwelche Commits anzugucken, das alles zu merchen. Ihr habt eine ganze Reihe von Features und jeder, der von euch mit Git arbeitet, sollte in Visual Studio Code Git-Lens installieren, weil es das Leben einfach so viel einfacher macht und ich es jedem nur wärmstens empfehlen kann. In vielen meiner Videos benutze ich SCSS bzw. SAS, also SAS ist ja die eigentliche Grundform und wenn ich zum Beispiel irgendwelche Variablen benutze, wie zum Beispiel, ich erstelle mir hier jetzt mal eine Farbe, dann kann ich sagen, ich kann jetzt sowas wie Leiten benutzen, um diese Farbe einfach etwas aufzuhellen, zum Beispiel hier um 5%. Damit das hier gehighlighted wird, damit allgemein Code-Highlighting in SCSS bzw. SAS funktioniert, benutze ich ein Plugin, das nennt sich auch genauso, nämlich unten einfach SAS. Auch dieses ist nicht wirklich unbekannt, ich kann es jedem empfehlen zu nutzen. Es macht einfach Code-Highlighting für SAS, macht ein bisschen Formatting-Code, macht aber auch halt Auto-Vorschläge, also Auto-Complete-Highlighting und all solche Geschichten. Deswegen kann ich es nur wärmstens empfehlen, wenn ihr SAS nutzt, ist das hier eigentlich das Go-To-Plugin und das sorgt dafür, dass quasi meine SAS-Dateien so aussehen, wie sie aussehen, natürlich in Verbindung mit meinem Farbschema. So, das nächste Plugin, was wir uns angucken, ist Veed. Veed habe ich ja zu Beginn des Videos schon mal erwähnt und zwar bezieht sich das auf mein Bild-Tool aus meiner Standard-Entwickler-Umgebung und zwar, wenn ich hier auf Extensions geht und ich hier runterscrolle, sieht man hier unten Veed. Der Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung und es handelt sich hier aktuell auch um eine Preview, also es ist noch nicht fertig released und es ist auch hier und da noch ein bisschen verwackt, aber ich finde es extrem praktisch und nutze es liebend gerne. Dieses Plugin installiert aber nicht nur ein Plugin, sondern wenn ich hier hochscrolle, auch noch ein zweites Plugin, nämlich Browse-Lite. Dieses Plugin müsst ihr euch nicht installieren, wie gesagt, kommt automatisch mit Visual Studio Code, beziehungsweise halt mit Veed, wenn ihr das installiert und wenn ich das Ganze dann nutze. Was passiert dann eigentlich? Im Prinzip, wenn ich hier mein Projekt habe und hier eine Veed.config.js drin ist, dann erkennt das Plugin das und erzeugt mir hier unten diesen kleinen Menüpunkt. Wenn ich hier drauf drücke, sieht man, ich kann den Server starten, aber ich kann auch hier direkt in einem Embedded Browser arbeiten. Wenn ich hier drauf drücke, dann startet mir Veed quasi einmal ein Browser, der direkt hier als Tab in Visual Studio Code aufgeht. Wenn er gleich fertig ist, dann sieht man hier auch, dass das jetzt meine Standard-Entwicklungsumgebung ist und wenn ich hier zum Beispiel in der Index.ts etwas reinschreibe, das Ganze abspeichere, dann wird das hier auch aktualisiert. Ich kann das natürlich auch nebeneinander machen, sodass ich hier direkt meinen Code sehe und hier links quasi einfach direkt das Ergebnis davon. Ihr seht, man öffnet einfach Localhost über einen Port, wie es normalerweise über einen Browser tut, aber direkt über einen Klick. Das Ganze ist extrem praktisch und ihr könnt das Plugin auch so konfigurieren, dass es in dem Moment, wenn es erkennt, dass hier eine Veed.config ist, automatisch das Ganze in einem Browser startet, sodass ihr quasi einen Ordner öffnet und eure Entwicklungsumgebung automatisch hochfährt, sofern ihr Veed nutzt. Ich finde das Ganze ziemlich, ziemlich praktisch. Wie gesagt, noch ein bisschen verbuggt, weil es halt in einem Preview ist, aber ich kann es jedem empfehlen, der Veed nutzt, einfach das Ganze mal auszuprobieren. So ein weiteres Plugin, was ich jedem nur wärmstens empfehlen kann zu nutzen, bezieht sich auf eine Datei, die auch in jedem meiner Projekte liegt, nämlich hier unten prettier.rc. Hier definiere ich quasi, wie mein Code formatiert werden soll und dass auch bei STRG S beispielsweise direkt alles formatiert wird. Also wenn ich jetzt beispielsweise hier eine Variable definiere und hier irgendwie das auch sehr komisch und auch nicht wirklich angenehm mache, dann seht ihr, sobald ich die Zeile verlasse oder STRG S drücke, wird das alles entsprechend formatiert. Auch wenn ich hier irgendetwas anders aufbaue, dann formatiert mir das alles so, dass es automatisch im Hintergrund passiert und ich das nicht manuell machen muss. Aber wie funktioniert das alles? Wie gesagt, das ist prettier. Ihr habt hier eine Datei mit der pretty.rc, wo ihr alles definieren können, wie ihr wollt. Was das hier alles bedeutet, würde ich empfehlen, auf der prettier Seite direkt nachzulesen. Da kann man das alles auch testen. Prinzipiell bezieht sich das hier auf das Plugin prettier Code Formatting. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung und ihr seht hier bei 23 Millionen Downloads ist das ein Plugin, was nicht wirklich unbekannt ist und auch in vielen Unternehmen wirklich als Default gesetzt wird, wo dann auch beispielsweise mit Husky oder ähnlichem Pre-Commit Formatting läuft. Also dass, sobald ihr ein Commit baut, automatisch quasi der Code formatiert wird. Was ich jedem empfehlen kann, der in größeren Teams arbeitet, so dass der Code bei jedem gleich formatiert wird und nicht jeder unterschiedlich, zum Beispiel zwischen Tabs und Leerzeichen oder anderen Formatierungskonzepten hin und her switchen muss. Prettier, wie gesagt, ein Go-To-Plugin für jeden Entwickler und eine Videobeschreibung verlinkt. Testet es, probiert es aus und bleibt dann für ewig dabei. So, die nächsten drei Plugins, die ich gerne vorstellen würde, sind drei Code Highlighting Plugins, die sich nicht direkt auf Programmiersprachen beziehen, aber extrem praktisch sind. Nämlich einmal das Plugin .env, was mir quasi diese .env-Dateien highlightet. Ihr seht hier, das Ganze sieht einfach deutlich angenehmer aus und warum das praktisch ist, muss ich nicht weiter erklären. Dasselbe gilt auch hier unten für die beiden Plugins, nämlich Markdown All-in-One und auch Markdown Lint, was quasi hilft Markdown, beziehungsweise in diesem Fall Readme-Dateien einfacher zu schreiben, direkt so eine Preview zu haben und all solche Geschichten. Kann ich nur jedem empfehlen, weil jeder Entwickler, egal mit welcher Sprache man arbeitet, benutzt in der Regel Readme beziehungsweise Markdown, um alle möglichen Dateien und vor allem Dokumentation zu formatieren. Das letzte, was ich hier nutze, ist ganz hier unten, nämlich YAML. Und YAML Language Support ist quasi für GitHub Actions, weil GitHub Actions werden damit formatiert und geschrieben. Deswegen benutze ich das Plugin, einfach weil es mir Code Highlighting hinzufügt, sonst würde das in Visual Studio Code einfach einheitlich grau aussehen und das ist nicht wirklich übersichtlich und einfach unpraktisch. Deswegen benutze ich dieses Plugin und ich finde es extrem praktisch und wenn ihr GitHub Actions nutzt, solltet ihr dieses Plugin ebenfalls installieren. So, die nächste Kategorie von Plugins, die ich vorstellen möchte, sind natürlich Autocomplete Features. Ich benutze hier Intelli Code von Microsoft, was mir quasi so ein bisschen AI-Assisted Development bietet und meine Befehle einfach vervollständigt. Außerdem benutze ich hier unten NPM IntelliSense, wie gesagt, was mir NPM-Module autocompleteet, auch beispielsweise den Import, also man kann auch direkt über das Plugin neue NPM-Module in ein Projekt installieren. Prinzipiell gibt es natürlich noch ein Plugin, woran jetzt viele denken, und zwar GitHub CodePilot. GitHub CodePilot habe ich zwei Monate getestet, halte es noch für zu fehleranfällig, um es wirklich effektiv nutzen zu können. Ich hoffe, dass es in Zukunft besser wird, wahrscheinlich sieht das in einem Jahr ganz anders aus, wenn das quasi noch deutlich mehr trainiert wurde. Aktuell ist es mir aber auch einfach zu teuer. Es gibt ja eine 60-Tage-Free-Trail-Version, danach kostet es aber 10 Dollar im Monat. Und das ist mir aktuell einfach noch zu viel, dafür, dass es so fehleranfällig ist. Wie gesagt, das ändert sich wahrscheinlich in einigen Monaten. Ich kann jedem empfehlen, das Ganze mal einfach gratis, beziehungsweise 60 Tage zu testen und selbst zu entscheiden, ob es einem hilft oder mehr Probleme erzeugt. Schreibt doch mal in die Videokommentare, was ihr von GitHub CodePilot haltet und ob ihr es gerade im Einsatz habt und auch, ob ihr dafür bezahlt oder noch in der 60-Tage-Test-Version seid quasi. So, das nächste Plugin, was ich euch vorstellen möchte, ist Quokka.js. Quokka.js ist viel von euch ein Begriff, obwohl ihr es vielleicht gar nicht wisst. Das ist hier unten zu sehen und in der Videobeschreibung natürlich auch verlinkt. Da könnt ihr euch das Ganze angucken. Aber prinzipiell, was macht dieses Plugin und warum wollen so viele von euch immer wissen, wie das funktioniert. Wenn ich STRG-P drücke, kann ich sagen mit größer als sage Quokka.js start on current file. Ich bin gerade hier in einem Test.js-File. Ich starte das jetzt und dann taucht hier erstmal nichts auf. Es verändert sich erstmal nichts. Wenn ich jetzt aber eine Variable oder noch besser, ich definiere mir eine Funktion, zum Beispiel die Funktion Hallo und sage, die Funktion erwartet ein Parameter A und return mir diesen Parameter A, dann ist das ein einfacher Funktionsaufruf. Wenn ich jetzt hier aber sage console.log und sage, ich rufe hier die Funktion Hallo auf, dann gibt mir Quokka.js diesen Output hier. Was heißt, ich sehe direkt, dass dieser Funktionsaufruf gerade unddefined ist. Wenn ich hier jetzt eine 5 reinschreibe, dann sehe ich, dass diese Funktion und damit console.log mir 5 return. Das Ganze funktioniert auch mit Arrays. Also wenn ich beispielsweise hier sage, ich habe ein Array von mehreren Zahlen, den ich hier einfach durchreiche, dann sehe ich, dass dieser Array hier durchgereicht wird. Also ich sehe direkt in der Datei quasi die ausgeführte Datei, den Console Output. Und das finde ich extrem praktisch. Einmal natürlich für meine Tutorials, also jedes größere JavaScript Tutorial, was ich mache. Da benutze ich eigentlich Quokka.js, um das einfach zu verdeutlichen. Ich benutze es aber auch sehr viel in Coding Interviews. Also wenn wir beispielsweise auf der Arbeit Bewerbe haben und man etwas zeigt, etwas diskutiert, dann ist Quokka.js wirklich praktisch, um einfach das Ganze direkt im Gespräch zu zeigen und direkt ein Output zu generieren und Instant Feedback auf seine Funktion, seine Methodik, die man gerade zeigen möchte, einfach zu demonstrieren. Und das wirkt ziemlich cool. Deswegen kann ich jedem empfehlen, Quokka.js zu benutzen. Wie gesagt, ich benutze es aber eigentlich nur für Tutorials und Coding Interviews. Wenn ihr wirklich entwickelt, finde ich es wenig hilfreich, weil hier nicht wirklich viele Features dabei sind. Es gibt eine Pro-Version, aber die lohnt sich auf gar keinen Fall. Für Coding Interviews oder einfache kleine Tests würde ich das aber wärmstens empfehlen oder wenn ihr in der Uni irgendwelche Tutorials machen müsst. In vielen meiner privaten Projekte und auch beruflichen Freelance-Projekte benutze ich Angular als Frontend-Framework. Prinzipiell benutze ich hierfür drei verschiedene Plugins. Einmal den Angular Language Service. Der ist extrem praktisch, kommt direkt von Angular und macht viele Autocomplete, Code-Highlighting und viele, viele andere Features. Sollte man per Default installieren, kommt wie gesagt direkt über Angular und ist daher auch immer aktuell. Dann benutze ich Angular Snippet, was mir einfach Autocomplete für bestimmte Funktionen und Snippets macht. Also wenn man beispielsweise gezielt Angular-Funktionalitäten anspricht, Autocomplete dieses Plugin mir noch mal einiges. Und das wohl praktischste Plugin ist dieses Angular Schematics. Und was genau macht es? Angular hat eine der wohl mächtigsten CLIs, die es überhaupt gibt. Und wenn man hier in einem Projekt ist und ich hier auf SRC gehe, in App und Shared und sage, ich möchte jetzt neue Komponente, zum Beispiel einen Icon-Button, dann kann ich hier draufklicken, runterscrollen und sehe hier Angular Create Component. Finde ich gut, will ich machen. Sage hier jetzt Button minus Icon als Name der Komponente, drücke Enter, dann schlägt es mir schon vor, ist das eine Default Komponente, ist das eine ganze Seite, ist das quasi eine UI Component, also keine ganze Seite und ist das halt hier Change Detection on Push, also ist da nicht wirklich Interaktivität hinter. Oder es ist eine exportierte Komponente. In meinem Fall sage ich, ist eine exportierte Komponente, sage Confirm. In dem Moment erstellt mir jetzt das Plugin quasi diese Komponente. Das dauert immer ganz kurz. In dem Moment ist das hier schon fertig. Man sieht jetzt hier, ich habe meinen Button-Icon hinzugefügt mit den einzelnen Dateien. Hier wird auch direkt das als Change Detection on Push gesetzt. Und da ich hier in dem Component, in dem Shared Ordner bin, wird hier auch direkt in Shared, also in dem Module der Export für meine Komponente hinzugefügt. Einmal wird sie dann hier definiert und hier unten auch direkt exportiert. extrem praktisch, macht das Leben mit Angular viel, viel einfacher, weil man einfach unfassbar schnell neue Dateien hinzufügen kann, neue Komponenten hinzufügen kann. Und natürlich nicht nur Komponenten, sondern ihr seht hier unten ja auch Services, Modules oder alle möglichen Arten von Angular Semantics. Also ihr seht hier Directives, Classes, Application, also ihr könnt eine ganze Application damit generieren. Ihr könnt direkt eine Library mit einem Klick, eine ganze Angular Library bauen, Interface, Interceptor Guard, Enum, alles mit einem Klick hinzufügen nach der Angular CLI. Deswegen extrem praktisch, jeder der Angular nutzt, sollte dieses Plugin hier definitiv mal testen. So neben Angular nutze ich eigentlich für alle meine Backend-Dienste Node und Node im Fall hier mit einer Library namens NestJazz. Und auch für NestJazz gibt es wie in Angular eine sehr, sehr mächtige CLI. Deswegen benutze ich hier ein Plugin. Dieses Plugin, wenn man ein bisschen runter scrollt, ist NestJazz Files. Was mir quasi dasselbe ermöglicht, wie gerade mit der Angular Library. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe hier ein Module, habe ich hier einen Kontakt, kann ich sagen, ich möchte gerne ein NestJazz-Module hinzufügen und kann das Ganze wie in Angular einen Namen eingeben. Dann fügt mir das ein Modul ein und ich muss nichts mehr selbst erstellen, sondern dieses ganze Boilerplate-Geschreibe quasi fällt komplett weg. Ich kann über das Plugin jede Art von Datei, die zu NestJazz gehört, hinzufügen und in dem Fall nutzen. Autocomplete habe ich für NestJazz aktuell nicht aktiv, weil es nicht so ein richtig gutes Plugin gibt. Wenn ihr hier eins habt, dann schreibt das mal unten in die Video-Kommentare. Würde ich dann liebend gerne mal ausprobieren. Ich benutze aktuell nur dieses Tool, damit ich quasi mir diese ganzen Datei-Erstellungen sparen kann und das Ganze ein bisschen schneller und einfacher gestaltet. So neben Angular und NestJazz benutze ich auf der Arbeit hauptsächlich Vue.js. Und Vue.js-Dateien sind hier immer aus einer Template-Section, einer Script-Section und hier unten einer Style-Section aufgebaut. Damit das alles so funktioniert, wie es hier zu sehen ist und man auch Autocomplete und ein paar Hilfestellungen hat, gibt es dafür ein offizielles Plugin, nämlich das Vue-Language-Feature, in Klammern mit Voila. Das ist für Vue.js. Es gibt dasselbe auch für Vue.js. Kann ich nur jedem empfehlen. Ist halt aktuell von Vue.js selbst. Ist noch ein bisschen buggy, weil es alles relativ neu ist, aber es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und wenn ihr Vue.js nutzt, solltet ihr dieses Plugin definitiv installieren. Wenn ihr dann sogar Vue.js mit Vue.js benutzt, könnt ihr auch quasi das Vue.js Plugin mit allen Features direkt nutzen, zusammen mit Visual Studio Code und halt dem Vue.js Plugin. Das Ganze erklärt sich relativ selbst und ich kann es jedem empfehlen, der, wie gesagt, Vue.js nutzt. Der sollte diese beiden Plugins definitiv installiert haben. So, das war es wieder für diese Woche. Werde euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz unten in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge Social-Media-Links oder Partnerseiten, wo ihr diesen Social supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.